Ich grüße das Licht in euch. Tägliche Weisheit, heute von Karlfried Graf Dürkheim, erlebte von 1896 bis 1988. Am Anfang aller Übung, die dem inneren Weg dient, steht die rückläufige Bewegung. Das ist die Bewegung, die aus der Verstiegenheit des Ichs, das auf der Leiter seiner Vorstellungen und Begriffe nach oben strebt und sich oben festhält, zurückführt hinab in die alles wieder einschmelzende Tiefe des Ursprungs. Allen Segen.